Die Befehle, ich klicke ihn an, er geht einfach an mir vorbei und das war's. Verfluchte Schinderei. Verhau den bitte mal. Verfluchte Schinderei. Doppelklick ist, dass er läuft. Und läuft er? Ne. Wach! Jetzt werde ich ihn anlaufen, glaube ich. Ja, ja. Ja, wenn ich direkt auf den Anlauf her funktioniert, wenn ich langsam gehe, dann ist er schneller wie ich und das war's dann mit mir. Okay, aber es war gut. Ich habe noch einen erwischt und noch einen. Will ich den von der Mauer auch noch fertig machen? Ja, ohne fertig, sicher, sicher. Der Sandmann lässt grüßen. Der Sandmann lässt grüßen. Ich nehme gerade das ganze Vorauseinander mit ihm. Ich gehe schon. Machen wir den auch noch fertig. Da oben. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Verfluchte Schinderei. Schon. Ich bin gleich da. Er scheint herzuschauen. Nie im Leben. Gib mir Deckung. Wenn's sein muss. Wenn's sein muss. Und jetzt tief einatmen. Hm. So funktioniert das mit dem Gas, aber das brauche ich jetzt nicht. Okay, nochmal. Ich glaube jetzt direkt hin und rein und fertig. Der Sandmann lässt grüßen. Und dann bitte weiter oben hat mich jetzt niemand gehört, also passt's. Fesseln bitte. Ich kann direkt anlaufen, ist ja praktisch. Gib mir Deckung. Den da oben könntest du eigentlich nicht gleich anlaufen, aber jetzt gleich. Morgen brummt dir der Schädel, Hundesohn. Ich bin gleich da. Sehr gut. Na bitte. Dann also darüber. Dann haben wir noch die nächste Gasflasche. Könnte ich jetzt dann bald brauchen, glaube ich. Wenn's sein muss. Die blauen, also ihr seht die roten Punkte sind dort der Gegner hier auf der Karte. Und die grünen X, das sind so, oder Plus jetzt in dem Fall, sind so entweder so Tickeia oder irgendwelche Gasflaschen, also einfach Nachschuss. Was jetzt? Ich geh ja schon. Okay. Ah ja. Kann ich da einfach mal Dock rein spazieren, das wir ja darüber haben, aber. Dann also darüber. Wenn man spazieren, ist das auch relativ, aber. Hm. Gut. Ach, der sieht mich. Okay, ich glaub hier hört sich's auf mit nur einem Charakter. Hier soll ich jetzt zwei. Weil der da hinten den da vorne sieht. Der sieht den. Ich möchte doch ne Fiole auf alle Färmer schmeißen. Dann haben die hier alle gute Nacht. Okay, aber was könnte ich brauchen? Bevor ich jetzt den Charakter herziehe, überlege ich mal welchen ich bräuchte. Also ich muss den da erwischen und den da und den da. Am besten weiß ich, er würde beide da hinten den gewischen. Ich glaub nicht, dass ich beide erfahre. Ja, hab ich mit zwei Charaktere, die ich dann programmieren. Beide laufen hin, erwisch ich die natürlich. Was soll ich mal Sanchez machen? Ich glaub Sanchez ist ein guter, ist ein guter für diesen Fall. So Sanchez, jetzt aber. Schneller geht's nicht, zu viele Muskeln. Sehr gut. Bin ich da gerade so bei denen vorbei. Die haben nämlich in die Richtung geschaut, was ich gekommen bin. Schneller geht's nicht, zu viele Muskeln. Wow, den hab ich nicht gesehen. Ich hab die Mausempfindlichkeit sehr weit runtergestellt. Aber dennoch, wenn man da ein bisschen rein zoomt, bumm. Ich mein, ist eh schön, dass man das so nah machen kann. Oh ja, schnell, schnell. Ich mein, für die, für das Jahr, in dem das Spiel gemacht wird, 2009 oder so, fand ich das nicht gut. Gut, was haben wir noch? Wollen wir spielen? Wollten wir sie eventuell? Sie sind sehr, sehr hilfreich Charaktere für diese Geschichten. Es kommt auch an, wenn wir jemandem direkt begegnen müssen, ist das sehr, sehr hilfreich. Die Gier ist da. Wo ist das auf der Karte, wo ich hin muss? Wo ist das nicht genau gezeichnet? Also, eh hier in dem Gebäudeteil, wo ich jetzt komme. Ich komme eh von der Seite. Also, da vorne muss es irgendwo sein. Bin ich sicher, in welchem Stockwerk? Ist das hier vielleicht? Ne. Kann ich da aber im Fenster rein eigentlich? Ne. Kann der aber im Fenster rein? Also der? Ich ziehe sie noch nach, weil ich glaube, sie könnte man ebenso brauchen. Sie ist eine gute Beschleichung in all diesen Dingen. unterwegs. Sanchez kann auch verletzte transportieren. Ist auch sehr wichtig. Schaut mir jemand nach? Was soll Sanchez? Laden. Die ist hängen geblieben gerade. Schaut mir jemand nach? Okay. Der zieht, der hat sich gerade aufgehängt zuerst. Okay, wir müssen nur warten jetzt hier. Und jetzt können wir mitklaufen. Schaut mir jemand nach? Na dann mal los. Nicht mit dem Kleid. Nicht mit dem Kleid. Genug getrödelt. Warten wir ein bisschen. Die schauen mich hin. Komm schon. Okay. So, wir warten, dass die das zum Salutieren anfangen. Schaut mir jemand nach? Ich habe nämlich ein bisschen die befürchtet, dass wenn ich jetzt alle Charaktere dahin ziehe, ich am Ende der Mission vielleicht wieder zurück muss oder so. Jetzt bin ich aber gespannt. Dauert das nochmal so lange? Okay. Hoppla. Na dann mal los. Gut. Sanchez. So, gehen wir mal rüber. Sanchez. Okay, Sanchez ist schon oben. Gut. Okay, also wie machen wir das hier vorne? Ich könnte... Habe ich einen Stein? Ah, ich habe keinen Stein. Einen Stein wäre hilfreich. Die Steine kann man von oben schmeißen, dann kannst du jemanden K.O. schlagen. Dann könnte ich den Stein einfach erledigen und den zweiten hinterherlaufen. Das wäre ziemlich praktisch. Ich glaube es ist Zeit für eine Gasviole. Also wenn der jetzt da hinläuft, mache ich die K.O. mit der Gasviole. Weil da schaut niemand hin und dann habe ich gleich zwei auf einmal. Gibt mir Deckung. Okay. Gibt mir Deckung. Der ist extra langsam, aber beim Treppensteigen urschnell. Ich hoffe, da kommt doch einer, der spaziert da rum, oder? Ja. Gut. Caramba. So, jetzt kommst du mal runter. Wir speichern über einen neuen Spielstand. Weil... Ich habe ein bisschen Angst, hier ein falsches Safe Game zu machen. Schön langsam. Was ist? Ah, Bohnen. Was soll Sanchez machen? Er sagt Bohnen zu den... zur Munition. Ich will ihn nämlich hier in die Ecke tragen. Schön langsam. Was ist? Was soll Sanchez machen? So, taktig reinwirken. Schnell, schnell! Schneller geht nicht. Zu viele Muskeln. Der da nämlich. Atalante! Der läuft nämlich so sehr, sehr wild rum und frei. Vamos! Okay. Okay. Aber ich bin schon fast drin, Leute. Okay. Und jetzt... Könnte ich da hinter dem Baum entlang? Ja, ich könnte. Was jetzt? Schauen die da hin? Naja, nur ein bisschen. Nur vereinzelt. Okay, dann hol dir mal den Stein von da hinten, Sanchez. Da hinten liegt nämlich ein Stein rum. Das ist der da. Stein. Oh, da ist noch einer. Okay, aber der sieht nicht so weit, oder? Sieht sich zu ihm niemand. Und... So, den haben wir mal kaum. Mach ich! Halt! 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 Oh, da hat der nämlich gesehen. Also darauf kann ich jetzt mal nicht. Will ich auch nicht. Vielleicht hätte ich von der Mauer oben irgendwie kommen können. Alles gut? Ja, ich glaube überhaupt nicht. Können fighten. Was für ein Prinzip. Okay ca! Schaut mal, dass wir hier vorbeikommen. Fuhre hier. gibt mir deckung ich gehe schon hat jemand lust auf eine runde poka das ist noch ein stein ich bin pablo sanchez hat jemanden ernst gerufen ich bin pablo hat jemand lust auf eine runde poka bin ich aber gespannt genau das ich traue das von der anderen rein ist nicht schon unterwegs den steinen schönen kopf zum knacken einen schönen kopf so was tun wir da drin also wie kommen wir rein ist sie können sich gegenseitig eine räuberleiter machen oder gibt es nicht kann der indianer irgendwas nicht kann er ist anheilen kriegsschrei tomahawk und kann ich alles gar nicht wieder niemanden töten also den da habe ich jetzt einfach nur kaputt glaube ich und tragen auch gleichzeitig so ist die frage ist mit dem hier vorbei oder nicht ich komme schön langsam ok wir schauen wie lange brauchen die zurecht so zum recht zu sagen bin ich hier richtig schön langsam kein problem ich muss das machen weil er sagt rechts um musik losgehen hat jemand da einen plan ich gehe schon erkannte bin ich sicher aber ein bisschen warten muss ich schon auch die müssen sich erholen diese sich gerade werden ja dann langsam wieder grün und dann kann ich wieder durch ich bin pablo sanchez was ist gibt mir deckung was jetzt gut Warten, bis der wieder da rechts umsackt. Tür aufmachen. Okay, gehen wir nochmal rein. Da kommt einer an. Nein. Naja, aber... Wir lassen das so. Wir haben noch zwei Violen. Und hier ist eine dritte. Ich glaube, das war gut. Speichern wir. Mit den Typen mitnehmen. Hat jemand einen Plan? Ich habe den Plan. Atlante. Im gleichsröten Marsch. Und der sagt rechts um, hole ich mir die Leiche. Rechts um. Mach ich. Okay. Schneller. Nennen Sie das Marschieren? Schön langsam. Reicht rum. De me passo. So. So. Okay. So. Wir haben eine Flasche. Eine Flasche. Die holen wir jetzt. Leute, ich schaff das. Ich dachte, das wird jetzt echt schwierig. Dann also darüber. So. Ich gehe ja schon. Was jetzt? Ich gehe ja schon. Was jetzt? Warum kann ich da nicht rein? Aha. Die Tür ist versperrt. Ich kann nur von der Seite rein. Okay. Bin gleich da. Gut. Ich habe kein Problem. Oder ist das sein Büro? Nene. Das war ja nicht das. Ich habe es geschafft. Okay. Die Kamerasicht kann man nicht besser machen. Es ist mir leid. Es ist mir leid. Es ist mir leid. Es ist mir leid. Ohja. Das sind zwei. Das ist ein Schiff. Du bist die da. Hilf mal mit. Ich will mich so, weil ich es schaffe. zu beginn fand ich das schießen so echt zu viel in diesem spiel nach diesen zwei langsamen schleich missionen hätte ich gar nichts gegen ein bisschen rumpa gewonnen gewonnen jetzt in einem video geschafft ich dachte es dauert lange wir sehen was jetzt da gefunden wird in diesen dokumenten die botschaft von der hockey erzählt hat steht drin wer hinter dem namen angeles steckt warte mal da ist irgendwas durchgedrückt sieht aus wie eine unterschrift das sind immer die eisenbahnen dieses spiel immer im wilden westen das sind immer die bösen die eisenbahnen die reichen eisenbahnen was soll das man wie kommen sie herein hier sie bleiben sie stehen oder ich rufe die wache tun sie das general aber vorher sollten sie das hier gründlich lesen klag sie elender verräter sie stehen unter arrest schon mal ein vor übernommen mr brown dann ist es an der zeit braun laufen sie zu unseren männern bringen sie das vor unter ihre kontrolle ich kümmere mich um den general jawohl also muss ich ausbrechen jetzt darf ich sie töten nicht bewegen bring ihn rein sanchez wir müssen verhindern dass seine männer das vor übernehmen die geiseln in der poststation kampf um die baracken dafür auch hier ich habe keine zu viel munition es greifen mich jetzt an das ist wie das wild hier hau sie haben die brücke besetzt ja okay wir müssen das vor verteidigen jetzt das ist ja nicht gut okay was stehen im haupt missionsziel die geister position klarksmänner haben die zivilisten in der poststation als geisel genommen und drohen damit sie zu erschießen befreien sie die geisel ok kampf bei den baracken einige dinge um die park und einige der generalstreuen soldaten werden von klarksmännern in den mannschaftsunterkünften belagert lösen sie die belagerung auf und bringen sie die männer in sicherheit okay den brückenkopf klarksmänner haben vor der brücke zum haupt einen brückenkopf gebildet von dem aus sie die zentralen platz des forts kontrollieren zerschlagen sie den brückenkopf indem sie die soldaten besiegen oder den turm neben der brücke sprengen wo cool alle generalstreuen offiziere werden von klarksmännern in gefängnis gefangen gehalten dringen sie ins gefängnis und befreien sie die offiziere okay und er gibt drei die klarksmänner in die enge und zwingen sie sie dazu ihre waffen niederzulegen die generalstreuen soldaten greifen zu ihren gunsten in das geschehen ein sobald sie die offiziere aus dem gefängnis befreit haben aha ich muss da so quasi in der runde gehen zuerst mal hier die leute befreien dann da oben dann den brückenkopf dann hier im gefängnis und dann helfen wir alle den letzten rest quasi zu erledigen und klarksmänner haben captain james joyce als geisel genommen sie drohen ihn zu töten wenn sie jemanden jemandem haupt da des forts nähert also retten sie joyce in dem sie den rest des forts unter ihre kontrolle bringen aha das ist quasi das letzte cool ich muss das ganze ist vorher jetzt säubern jetzt wird's wild ihr wilder westen coole sache leute wir machen das im nächsten video da holen wir uns jetzt munition und sprengstoff und alles und dann machen wir die leute hier fertig da hinten um die kümmern wir uns glaube ich ganz zum schluss so wie ich das verstanden habe und jetzt kann ich dann endlich mal auch ein bisschen man kann nämlich auch in die 3d ansicht gehen indem er so macht zum gefängnis sie haben die offiziere festgesetzt unsere männer wird eingekesselt wer kann ich schießen ist cool oder habe ich jetzt bis jetzt nicht gezeigt in dem anderen video weil das nicht gut ist von oben sieht man sie von aus der 3d perspektive sehe ich die ganzen sichtradien nicht von den leuten aber so kann man danach auch mal ein bisschen wilden wilder spielen sind die cool gemacht ja okay wir schauen uns das im nächsten video an wir müssen das hier nicht unnötig in die länge ziehen wir sind in mission 44 jetzt vor dem geld und ja es lief ganz cool ich dachte das dauert jetzt viel länger freue mich das klappt hat und das jetzt eben eine mission kommen wo man jetzt ein bisschen wieder spielen kann das haben die in dem spiel ja im vergleich zu den anderen echtzeit taktisch spielen ja gar nicht so schlecht gemacht das ist ein bisschen ein shooter charakter ist dabei das einzig negativer in diesem spiel muss man einfach sagen ist dieses träge weil es ein bisschen langsam geht das spiel an sich die mechanik ist etwas langsam gemacht aber ansonsten haben dieses vom von konzepten von der missionen finde ich haben die das cool gemacht also da gibt es so ziemlich alles hinterhalt von den indianern umzingelt von den indianern ein vor ein vor belagert sich in ein vor rein schleichen also die haben wir so ziemlich alles reingepackt in diesem spiel was man so machen kann das finde ich cool und wir schauen uns das dann an im nächsten video wie ich jetzt hier die männer des feindes quasi hier niederstrecke innerhalb des forts ja und dann muss ich halt das platt wenden und die situation zu unseren gunsten lenken aber das ziemlich cool ja ich hoffe ihr schaltet hier wieder ein zum nächsten video wenn es wieder heißt let's play desperados 2 koopas revenge danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer wingman bis zum nächsten mal